Was ist denn da, der Wald? Das ist Gandia. Oh, okay. Noch fester. Tatsächlich. Wo gehst du hin? Doch nicht etwa in den Wald. Hast du schon von den bösen Bewohnern des Waldes gehört? Hast du wirklich vor den Wald zu gehen, Kleiner? Du bist mutig, Junge. Sehr vorsichtig. Es leben nicht nur Bösewichte in diesem Wald. Nicht nur Bösewichte. Oh, warte mal. Ich habe doch diese blöde Orchidee da. Das brauchen wir ja nicht. Immer die Knolle da. Da ist was. Komm her. Kettenhemd. Okay. Ich rüste aber mal diese Knolle aus. Falls ich aus Versehen da draufkomme, ist das nicht so wichtig. Das wäre nicht so schlimm, sagen wir es mal so. Oh, na warte mal. Kettenhemd. Ja, was ist das? Hm, Kleiner oder Soldaten. Warte mal. Ich glaube... Es hieß ja eigentlich, man kommt nicht durch den Wald. Ich glaube, ich rüste einfach mal die Glocke aus. Ja, zeig dir den richtigen Weg. Das kann ich nicht benutzen. Was ist die Bestie? Was ist die Bestie? Hau ab, du blöde Ding. Okay, da gibt es nichts. Die Hemisglocke klingt, was? Willst du, du alle Glocke? Nein, mein Geld! was wollt ihr doch hier tölen doch ihr seid richtig frech die sind gar nicht das Muster ist so simpel und ich schneide das nicht wo bin ich denn jetzt gelandet das klingt warte hier war ich doch schon mal da war ich dann, da war er dann falsch, dann gehen wir hier lang Brücke, jetzt gelandet Sternenbrücke Stalkholm liegt hinter der Brücke Brücke ist unpassierbar ich muss nach einer Umgehung suchen ich muss über dem Pfad der Tiere folgen AAH AAH öpsela öpsela bäh bäh viele Viecher so jetzt leide ich unter Gift oder was Ja, wir halten uns mal. Können wir noch eine fressen. Dohoho! Dann halt nicht. Oh cool. Nice, gell? Ich muss die Dinger doch angreifen können. Ne, ich werde die nicht angreifen. Krass. Was jetzt? Ein Schattenmann! Baaah! Überraschung! Komm doch her, Schattenmann! Er kommt nicht. Er weiß, was ihn erwartet. Uah! Geist! So, hätte. 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 Ob, Szenario? Etwas stimmt hier nicht. Ich fühle mich. Ich fühle, dass mich etwas magisch anzieht. Könnte es der Geist der Sage aus Lur sein? Oder ein Tier? Was fühle ich? Okay, das ist jetzt gar nicht cool. Was soll ich jetzt machen? Also der sagt mir jetzt, äh, Angst, äh, keine Ahnung, keine Angst, Angst. Äh. Tja. Keine Angst, das stimmt. Duran fürchtet sich von nichts auf der Welt. Auf geht's, lasst uns Gespenster jagen. Das war, glaube ich, saudoof. Das passiert gleich irgendwann. Ich sehe es kommen, ey. Was ist da, dass ich da führen möchte? Da fülle ich irgendwas lang. Das ist ja blöde Feuerding. Was ist das denn da? Was soll ich denn damit? Ah, die Klappe da! Was mache ich mit einer Hundepfeife? Beruhigt Wölfe. Okay. Hm. Aber jetzt sind noch eine. Komisch. Okay, eine Hundepfeife beruhigt Wölfe. Brauche ich das? Ich will die Wölfe ja eigentlich bekämpfen. Warte, hier ging es noch weiter. Warte, hier geht's noch weiter. Ich finde heraus, was das für ein Schrei ist. Was ist denn das? Level 20 erreicht. Cool. Kf steigt um 11. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 2. Und Glück steigt um 3. Was ist denn das? Es ist Melina. Ne, wer ist das? Maylin. Ach Gott. Ich hatte furchtbare Angst. Maylin, was machst du hier? Ich wollte bei dir sein. Hey, Duran, du bist wirklich stark. Du suchst in diesem Wald nach Storkräumen, nicht wahr? Ich begleite dich hier, ich werde nicht im Weg sein. Na toll. Soll das jetzt was? Oh Gott, soll das jetzt was sein? Ich weiß es ja nicht. Okay. Wahrscheinlich der Stork kommt direkt hier unten. Hey, sag mal. Oh, jetzt hier. Nerven sägen. Sag mal, hörst du auf? Okay. Wie komisch hier. Brücke. Brücke. Ach, jetzt haben wir die Brücke überquert. Okay. Wulföste. Wie verseucht durch diesen scheiß Wolf, oder was? Dankeschön. Christa hat auch noch gefunden. Okay. Jetzt auch noch lang. Ich muss jetzt dieses Loa, wie der Ort heißt, finden. Was erwartet mich denn da? Das ist auch ziemlich verschachtelt hier, du. Eine Wunderknolle, danke. Das scheint es weiter zu gehen. Okay. Storkom ist ganz in der Nähe. Was ist das? Was ist das? Zuhause, kaum zu glauben. Diese Dörfer sehen doch alle gleich aus. Es ist nicht bloß der Zufall. Es sieht nicht nur ähnlich aus. Es ist absolut identisch. Du musst nicht so laut schreien. Denk nach. Noch weiß ich nicht alles über dich, Duran. Okay. Warum ist die Musik jetzt aus? What the fuck? Ähm, haha, hi. Ein rödelwilder Wölfe. Duran, sie verfolgen uns. Was sollen wir tun? Die sehen aus, als ob sie Appetit auf uns hätten. Sollen wir flüchten? Auf gar keinen Fall. Warte mal. Duran benutzt die Hundepfeife. Duran! Kaum zu glauben, Duran. Die Wölfe verziehen sich. Okay, ähm, wir gehen mal ganz schnell hier rein. Melinas Haus hier, oder was? Das sieht alles genauso aus. Wie krass ist das denn? Oh, ich kriege gerade richtig Gänsehaut, Leute. Die Tür kriege ich nicht auf. Und zwar tun. Eine Unterknolle. Und? Was ist das denn? Duran erhält Porträt? Aha. Was soll ich mit einem Porträt? Ein Porträt der Familie Melinas. Ich bin ein wenig neidisch. Sie sieht eben sehr glücklich aus. Melina wirkt heute ganz anders. Duran, ich könnte Melinas Eltern vor ihr erscheinen lassen. Genau wie in Luran. Auch da schuf ich diese Illusion. Wenn sie ihre Eltern sieht, wird die Prinzessin sehr glücklich sein. Doch ich tue es nur, wenn du sie für immer vergisst. Okay. Ah, okay. Dann war das wahrscheinlich Quest-Alte und wir müssen das der Melina zeigen. Aber ich möchte mich hier doch gerne noch umsehen. Die Tür scheint kaputt zu sein und öffnet sich nicht. Wo sind wir hier? In Silent Hill, oder was? Die Tür ist kaputt. Das Schloss ist defekt. Hi, Wolf. Die Tür scheint kaputt zu sein und öffnet sich nicht. Naja, er ist wenigstens freundlich zu mir. Das war das Haus der Weber. Ich wüsste gern, wie es Melina geht. Duran, was ist los? Ich denke daran, dass ich meine Stadt zurückließe. Duran, du hast Erinnerungen an Orte, die ich gar nicht kenne. Dafür habe ich Erinnerungen, von denen du nichts weißt, Duran. Möchtest du davon erfahren? Meilin, dafür scheinen wir nicht der richtige Zeitpunkt zu sein. Schon gut, das interessiert dich nicht. Will ich da rein? Ich will da rein. Ich will da rein. Es wird jetzt halb der Weber. Oh Mann, oh. Okay, da kommen wir nicht rein. Das ist ja doof. Aber wir haben jetzt so ein Porträt und das ist anscheinend unsere nächste Aufgabe jetzt, einfach durchzurennen. Die Tür scheint kaputt zu sein, sie lässt sich nicht öffnen. Die Tür scheint kaputt zu sein, sie öffnet sich nicht. Okay, dann sind wir anscheinend fertig hier. Ciao. Was meinst du, willst du umkehren? Ich überlege. Ich kehre um. Wir treffen uns am Schloss. Du darfst auf gar keinen Fall das Porträt vergessen. Duran und Meilin trennen sich am Eingang des Waldes. Nice, ich bin wieder durch, cool. Aber das ist unsere Stadt. Was ist das so bedeuten? Okay, wahrscheinlich muss ich der Prinzessin das jetzt zeigen. Seid ihr wieder wach? Ich bin auf Wache, ich hab ja nichts gemerkt. Äh, doch, hier lang. Ne, Quatsch. Ja, aber ich glaube... ...das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Ja. Ich mach jetzt den kleinen Aufnahmestopp von Terranigma. Ich bin ja mal gespannt, was da passiert. Also Leute. Bis später. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020